Leon, schauen wir mal zu. Wer ist Leon? Ah, Bruder von Lorena. Mhm. Und Luca, der große Bruder von Lenny. Ja. Ich dachte immer, Lenny ist der große Bruder. LOL. Mein Ping ist einfach nur 50. Mein Ping ist zu 40. Ja, Mann, das ist 60, 50, die ganze Zeit ist richtig fresh, Alter. Und wenn Raul sich denkt, ich habe einen besseren Ping. Ein, einer Ping. Jetzt schaut mir nur noch Leon zu. Und er hat geschrieben, das ist unsere Hut. Er hat recht. Aber na komm, der klaut mir meine Pamp. Voll der Lutscher. Ja. Haar, blaue Tommygun, was willst du? Haar, hab ihn. Der kann nichts machen, weil ich eine blaue Tommygun habe. Digga, komm mal. Ich komm. Du bist irgendwo, nirgendwo. Jetzt finde ich den Wichser. Und der klaut auch meine Waffen. Voll der Lutscher. Okay, ey. Pass auf, Digga. Ich kann dir nur einen Tipp geben. Wir sind down. Hä? Was? Hä? Ich mach mal nichts für mich aus. Ich auch nicht. Ich habe nur gesagt, äh, 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 du bist tot. Ich komme gleich. Was habt ihr geschrieben? Nein. 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 Markus. Ich bin wieder da. Ich nehm auch einen anderen Lutschen. Ich mach jetzt mein ganzes Inventar auf so normal. Hier Nachtlicht. Mit diesem geilen Rucksack, den ich gestern gekauft hab. Aber das ist keine geile Kombi. Ich nehm einen blauen Sken. Ich nehm mal schwarze Lux. Nein, nein, ich bleib so. Ja, okay. Ich nehm dann Dings. Rote Ritterin mit diesem Rucksack und Spitzhacke weiß ich nicht. Ich nehm diese Spitzhacke und dazu noch. Ich nehm diese Spitzhacke weiß ich nicht. Ja. Ja. Abonnenten sind ehrenlos so lange nichts zu gebrauchen weil die sich denken diese Karriere ist garant die stauern sie geht oder sie beten die Leer mir die alle belegt wie findest du meine Kombi Deine Kombi ist auch voll geil Happy Hamlet ist auch unsere Hood das ist unsere Hood und Happy Hamlet checkst du es jetzt beide unsere Stadt oder wer da geht der ist tot oder tot das ist unsere Stadt und das hier auch wer da reingeht ich hab 37er 30er weißt du wieso nein weil meine Eltern und so nicht online sind halt die schauen von YouTube oder so und wenn sie schauen direkt 300.000er Punkt und man wir denken uns sick der geht was seid ihr für Luther Nein ich hab nur die Pump Muni genommen für meine goldene doppelläufige dann komm mal runter ich höre überall Gegner Ich hab ne blue Pump Das ist ne goldene doppelläufige für dich Mensch Aber ich hab schon ne blaue Pump Doppelläufige geht manchmal voll klar Digga Ja goldene Revolver diesen Revolver feier ich so hart Willst du äh Ja Ich hab diesen goldenen Revolver der ist so Baba Ich feier den alten Revolver mehr Ja ich feier halt irgendwie beide Ja 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 Ich hab die Ich hab die Ich hab die noch nie gesehen ja digga nein eigentlich dann du dir die mit der bist du voll gut ich nicht ja blaue sturmgewehr ich bin voll gut damit ich schieße mich selber in die sonde ich finde ich habe eine grüne sturmgewehr eine blaue sturmgewehr zwei also eine goldene doppelläufer und einen goldenen revolver und eine grüne tommy kann blaue revolver soll ich schottgranaten oder medikit nehmen ja ok du kannst den medikit dann nehmen ach hier ist der 68er fort bei ich habe den eingesammelt glaubst du glaub ich bin stufe 35 glaubst du ich kann in 17 tagen 100 werden kann schon so stufe was 35 ich glaube ich schaffe nur so auf 80 ich habe 29er ping ja dann machst du ich nehme drei minis mit wenn du eine blaue pump findest oder eine bessere sag weil ich habe ich habe schon eine goldene ich auch das bringt nichts steckere